Hallo zusammen, ich bin Laura, 18, ich bin im dritten Lehrjahr und mache meine kaufmännische Ausbildung im Ausbildungszentrum Winterthur. Kommen Sie doch mit! Anfangslehre geht man mit allen Lernenden, sprich Kaufleute, Polymechaniker, Konstrukteure und Anlagenapparatenbauer, die im gleichen Jahr ins Lager angefangen haben, für eine Woche. Das Lager dient dazu, sich untereinander ein bisschen besser kennenzulernen und neue und spannende Erfahrungen zu sammeln. Wenn du teamfähig, zuverlässig, verantwortungsbewusst und Freude am Schreiben und Kommunizieren hast, dann bewirte dich jetzt im Ausbildungszentrum Winterthur. Während der Ausbildung wechselt man dreimal die Abteilung. Der Wechsel ist so vielfältig und lehrreich. Man hat die Möglichkeit, überall ein bisschen dreinzuschauen. Das Ausbildungszentrum unterstützt uns voll und ganz während der ganzen Lehrzeit. Wenn du mehr über das KV erfahren willst, dann bewirte dich jetzt und komm schnuppern. Man sieht sich, tschüss!